Moin ihr Lieben, hier ist der Kalle und ihr seid auf der Suche nach einem vernünftigen Messer für eure Küche? Da darf Qualität eine Rolle spielen und Langlebigkeit? Bleibt dran, ich hab euch was zu erzählen. Klappe und Action! Oh, ist das lecker! 45 Jahre lang stehe ich in der Küche und muss mit solchen Messern arbeiten. Ihr könnt euch vorstellen, da spielt Qualität eine große Rolle. Und dieses Messer hier, das ist handgeschmiedet, das kommt aus Solingen, das hält ein Leben lang. Und wisst ihr, was für mich ganz wichtig ist? Dass der Stahl hier in einem durchläuft. Das ist wirklich handgeschmiedet und diese Nieten hier, die sind nicht aus Kostengründen irgendwie aus Blech, die sind ebenfalls aus Edelstahl. Und so ein Messer wird ganz natürlich irgendwann mal nicht so scharf sein, wie es zu Anfang war. Und wisst ihr, was ihr dann macht? Dann schickt ihr es zurück nach Solingen zu der Firma Heiso und die schleifen euch das ein Leben lang nach. Es wird immer wieder neu geschliffen, sodass ihr immer wieder scharfe Messer habt und das Ganze auch noch kostenlos. Das ist das Premium Chef Messer. 21 Zentimeter lange Klinge. Hier vorne so ein bisschen hochgeschliffen, damit man auch diese wunderbaren Schneidetätigkeiten machen kann. Wirklich zu empfehlen. Ich habe aber noch ein zweites. Das sind meine meistbenutzten Messer. Und als zweitmeistes habe ich diesen kleinen Freund hier am Start. Wer braucht es nicht zum Kartoffelschälen, zum Zwiebelschälen, für alle kleinen Arbeiten in der Küche. Und ich kann euch eins sagen, auch ich habe schon Messer gehabt mit bunten Plastikgriffen. Und die Klinge erschien mir zuerst richtig scharf, aber erstens rostet das Ding und zweitens, irgendwann ist es stumpf. Und was macht ihr dann damit? Ihr schmeißt es weg. Auch dieses Kleine schickt ihr zurück nach Heiso und auch dieses wird nachgeschliffen. Genauso Premium Qualität wie das große, einfach erste Sahne. Zum Thema Heiso ist zu sagen, das ist ein Familienunternehmen, die wirklich noch mit Herzblut arbeiten. Das ist wirklich für mich sowas Tolles, dass ich auch einen Ansprechpartner habe, der hier in Deutschland unterwegs ist und der mir auch bei Problemen eventuell hilft. Und wer sich nicht sicher ist, der kann diese Messer hier 100 Tage lang ausprobieren. Und wenn er, warum auch immer, nicht zufrieden ist, schickt es einfach zurück, überhaupt kein Problem. Und warum mache ich dieses Video? Weil die Firma Heiso hat gesagt, mit meinem Code auf meinem Kanal kriegt ihr sowieso 10%. Aber vom 19. März bis zum 2. April bekommt ihr auf jedes zweite Stück 20% Nachlass. Ist das ein Deal oder ist das ein Deal? Weitere Informationen unter dem Video. Ich sage bis dahin, tschüss, viel Spaß und jetzt schon mal frohe Ostern. Übrigens, die Firma Heiso gibt euch auch 10 Jahre Garantie auf Rostfreiheit. Das zeugt von Selbstbewusstsein. Zulabsch